Er ist der erfolgreichste deutsche Torwart aller Zeiten. Sepp Mayer, die Katze von Ansing, wird 75. Lass mich doch erst mal trinken. Seine Titelsammlung ist beeindruckend. Weltmeister, Europameister, mit dem FC Bayern München insgesamt viermal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen und, unvergessen, dreimal in Folge den Landesmeisterpokal. Sepp Mayer, Deutschlands Torwart des Jahrhunderts und einer, der gerne Klartext spricht, ob früher als Spieler oder auch nach seiner Karriere. Dann habe ich ihm gesagt, dass Glinsmann so für die Tolle dann keine Ahnung hat. Das haben wir gesehen beim Kahn und bei mir. Das hat es damals noch nicht gegeben, ein Sommermärchen. Da hat es einfach Fußball gegeben, keine Märchen. Wir haben Geschichte geschrieben, keine Märchen geschrieben. Warum sollen wir einen Torwarttausch machen? Es gibt einen Partnertausch auch in der Ehe. Was sollen wir einen Torwarttausch auch machen bei den Vereinen? Titelsammler, Spaßvogel, Torwartlegende. Sepp Mayer, die Katze von Ansing, wird 75. Herzlichen Glückwunsch. ented by gave, diese Katze von 1890, lined? 死ft malvergessen, gez drawn, untertelle und erweitern. Vielen Dank.